wenn ich das gesamte mission stil ist irgendwie bezweifle ich das material 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 schön warum auch nicht und ist blitzen siehst du kriegst du schaden wir haben keine film das zu ich hab doch jetzt hörst du dann krieg ich eben schaden ja hallo büro maden aber es geht oh blazer auf du yo sonic frost So, das war's. Ja, komm, ich mach dich. Yes! Yeah! Sonic Frost! Bissern nicht cool. Jo. 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 Jo! Ich glaube nicht, dass wir das für dich geschafft haben. Hm? Hätten wir irgendwas gestärktes killen müssen. Ich weiß aber nicht was. Naja, ist egal. Die Gegend, die bei dir da umbauen, die wurden gestärkt. Linder Schaden B. Natürlich. Wimmer. Das war B. Du musst doch auch kaum Schaden genommen, oder? Doch, ein bisschen. Aber nicht viel. Ne, same here. Na gut, wahrscheinlich der Kampf in der Festung, das war zu viel. Ja. Ja. Feuerbonus behalten wir mal. Stahlangriff behalten wir auch. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg, weg, weg. Weg damit. 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 übernimmt klar und du zeigst endlich mal ich muss leider nehmen wie wärst du wie soll ich das machen wenn du screen dann kriegst musst du auch spiel ob ich jetzt leider teig oder du es mache ich kann spiele 1 werden gib mir spieler 1 da musste auch leider nehmen ja dann nehme ich leider du spieler 2 auf der hauptscreen tausch einfach in den spielern mich und ich ich bin das nicht natürlich natürlich wie sich das machen ja die option die option welche option was ja geben wir hier raus option dann ich weiß nicht was du von mir willst controller auswahl da haben wir es doch spieler 2 er muss ich auf dem gamepad spielen und dann ich spiele 1 kriegt das gamepad das werde ich und du bist spieler 2 auf dem controller ende problem gelöst so jetzt kann ich steuern richtig richtig jetzt auch ein still übernehmen ist aber gut nicht übernommen ich glaube nicht wo war es jetzt controller beide güte 1 gamepads passt 5 2 2 2 3 3 4 5 Das weiß ich nicht. Nein. Hä? Nein will ich nicht. Und ich glaube... Aber willst du das Kostüm nicht? So gut. Was willst du jetzt eigentlich von mir? Du zeigst Sandow. Ach so. Das wenigstens mal erledigt haben. Okay. Mann, 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 Mann. Du meinst? La, 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 la. Charakter bitte. Das habe ich keiner selber. Ich habe einen Kombo-Angriff für die Allais ist die Feuerwehrs betäubt. Also, bevor der... La, okay. 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 Klingt ja nicht schlecht. Ähm, doch. Also, ne, hast du gesehen? Oh, ist schon die Fee. Steuerung! Ja, das dachte ich mir auch gerade. Steuerung! Kann man natürlich jetzt nicht ändern, ne? Doch, prima. Äh, du musst auch. Ein Stress wegen den Kollegen hier. Was kann er denn? Äh. Okay? 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 Holst du die Fee? Das halte ich sie holen. Ich probiere mich jetzt erstmal nach oben durch. Ich weiß nicht, was da alles ist. Aber ich wieder füge. Krabbelmeet. Krabbelmeet. Was macht er für komische Töne? Hör auf damit! Shit, jetzt ist er. Shit, jetzt ist er. Shit, jetzt ist er. Warte, aber nicht. Gegen ihn gäbe ich. Mach Sachen. Ach, hier ist zu. Nee, jetzt ist er auf. Natürlich! Okay, das ist diese Random-Attacke. Da kann ich runter rumschießen? What the fuck? Hat er schon gut zu spielen? Hä, wieso kann ich? Ah. Ach, das ist diese Random-Angriff? Das ist diese Random-Angriff? Das ist diese Random-Angriff? Das ist diese Random-Angriff? Das ist die Random-Angriff? Äh, Random-Ass. jetzt ist meine leiste fast voll jetzt war ich auch ein starken angriff und dann aber pop up the fuck what is this madness so und jetzt habe ich gehört ich sagte jetzt die funktionieren was habe ich jetzt getan überlegt das noch mal danke jetzt noch mal eine trip let it rip, komm, let it, du sollst let it ripen, so let it ripst du nicht, ach so, ach so, ah ok, jetzt verstehe ich das habe ich jetzt noch nicht gemacht ok hey what, what, what WHAT DOes das was ist das ist das weg, damn ok es ist gefallen es ist interessant die seine spezialangriffe kann man dann unendlich lang machen nur halt wenn man es zu lang macht fällt mir irgendwann hin weil die leiste voll ist das ist interessant der typisch wende aber auch die pflicht da möchte ich nicht unbedingt jedes mal spiel so vor posten kommen wir also das war diese attacke bei jeder attacke würde ich auch nicht fünf verdammt 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 ich habe die fehl vergessen ja oder er hat eine fünfe was was warum ist das warum wieso wieder groß dafür der größte ok er machte mit nas kugel glaube ich eiskalt vermittler sagt doch was wir haben jetzt gut das wort wieso wusstest du dich nein jetzt ist die person vorbei da war ich die kiste nicht aufmachen kann das ist deine ja ich wusste es sagt er mir nicht dass es gut du das gibt ich dachte das hat man groß jetzt weiß ich achter darauf mit ein steuerung umstellen komplett zu tun in der schlachtauswahl so ist nur bei der quelle ist doch noch wie irgendwo eine kiste ja sucht die skulptur mit mir ich hab's da noch eine zweite oder was sagt er mit nix ein cooler typ für erst besonders lang besiegt dass man ein schaden und vier herzen sind er das habe bestimmt schon gemacht ich bin bei 30 ok dann brauchen wir noch ein paar gegner hört auf und das ist jetzt so AAAAAAAH Und WANN? Das ist einfach wunderschön, nicht wahr? WANN ey? LET IT RAAAAAAAAPE Genau Was ist denn jetzt noch nicht, ne? Oh ne, Jumme Ist halt voll unfair, ne? Der Charakter Warum? Voll die krassen Kobos machen können Die Gegend einfach nix mehr machen können WUSCH So, dann brüdi ich mich halt mal in die letzte Festung Wieviel ging dazu, 700? 750 Dann haben wir es verkackt Schade Irgendwann wurden uns, wir schätzen, Schaden genommen Aber hast du mir aber nix gesagt? Ey se Schauen wir uns doch sonst immer vorher an Die Skulptur Lars Sagst du nix? Ey se Sagt er nix? T schade Thdel du wb T dich w m façon w